Ich habe keine Ahnung, was du gehen soll. Nein! Hm, vielleicht... Was ich nicht glaube, weil die Combat-Lösung natürlich etwas anderes verrät. Ja, ich habe die Combat-Lösung geschafft. So verzweifelt war ich. Was will ich bei so einem Blind-Entry eigentlich gar nicht machen? Das schießt nicht Blind, aber da niemand geahnt. Warte, das hat sich jetzt funktioniert. Au, mein Elbow. Au, mein Elbow. Au, mein Elbow. Jetzt ist er noch Morden. Nö, das funktioniert auch nicht. Oder wenn ich hier nach Westen gehe? Auch nicht. Tja, also. Wenn ich hier hingehe, dann kommt ja wieder hier dieser ganze Scheiß. Das funktioniert nicht. Außer... Außer Martha kommt vorbei. Aber das, was ich wahrscheinlich dann haben möchte, fällt sowieso da wieder rein. Ja, wie gesagt. Ah, jetzt hört man schon wieder. Blablabla. Scheiße. Nein! Oh, ich bin so dumm. Ja. Ist mir eigentlich scheißegal, was mit Martha jetzt ist. Ich versuch's nochmal. Westen. Nein. Jetzt Herbst. Wenn das jetzt nicht funktioniert, schreie ich laut. Süden. Jetzt Frühling. Nein. Nein, lass mich in Ruhe. Und dann Sommer. Ich weiß nicht, was die Zelda-Macher sich dabei gedacht haben. Aber... Es funktioniert nicht. Also entweder ist das hier alles unlösbar oder ich bin einfach zu doof dafür. Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Oder fehlt mir noch irgendwas? Tut mir noch irgendwas fehlen? Sagt es mir, Leute! Sagt es mal endlich! Schaut euch nicht diesen Quatsch hier einfach an und macht euch lustig. Haha, die hat keine Ahnung, die ist so doof. Dann sagt mir auch mal, was ich zu tun habe! Bitte! Hey! Scheiße, ich ja... Moment. Du? 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 Näää. Geht ja gar nicht. Aua! Es gibt ja. Ich gucke, dass ich kein Schild hab. Dann sehen wir uns. Näh! Warte! Verstehe ich es nicht. So, dann sag nochmal. Öff, stopp. Ja, spielen. Ich liebe dieses Stück. Dafür verrate ich dir den Weg zu meiner Geheimlichtung. Mit steigender Temperatur in Richtung Westen. Lässt du sie finden. Du bist dumm. Ich hasse dich, Deku-Händler. Du bist scheiße. Äh, Deku-Händler. Ich hasse diesen Ort. Ich hasse diesen Ort. Ich hasse diesen Ort. Oh. Depressiv. So, jetzt soll gleich Herbst sein. Äh, Moment. Nein, ich wollte Frühling. Mit Frühling muss man ja nach... Oder? Moment. Ja, mit Frühling muss man nach Osten. Aber wenn man nach Osten geht, kommt der Scheiß hier. Hier ist nichts mit Baumstumpf. Da kommt man nicht zum Baumstumpf, Leute. Ich weiß ja nicht, ob ich es kapiert, aber... Oh, lass mich in Ruhe, ihr scheiß Viecher. Kann er gerne nochmal versuchen. Oh, ich hasse euch, Viecher. Ihr seid scheiße. Ja, ist ja gut. Ich versuch's mal andersrum. So, jetzt Herbst. 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 So, und dann hierhin. Richtung Osten. Osten verbiegt nochmal. Ja, wird es noch nicht funktionieren. Ich versteh's nicht. Hm. Das wird die funktionieren. Westen. Ich versuch's einfach mal. Nochmal. Gefühle ist tief. Nötig gemacht. So, ich mach's jetzt andersrum. Frühling. Dann nach oben. Soll sowieso nicht funktionieren. Und dann hier. Ja, wie gesagt. Also, ich hab gelesen, es ist irgendwie ein neues Schwert erwartet oder so. Dass die Stärke ist als vorher. Aber ich wette... Es werden wir niemals bekommen. Ja, ich kann so viel spielen, wie ich will hier. Ja, die Melodie ist cool. Die mag ich. Tja, dann mach ich jetzt Schluss. Und ihr sagt mir jetzt sofort, sofort, wenn ihr das Spiel kennt, also wenn ihr das Spiel schon mal, keine Ahnung, durchgespielt habt, oder mal angespielt habt und diese Stelle sowieso sofort wisst, ja, so geht dieses faschistische Scheiß-Rätsel. Dann schreibt die sofort unten in die Kommentare rein, wie's geht. Schreibt einfach rein, wie dieses verdammte Rätsel zu lösen ist. Und was ich falsch gemacht habe. Gar nichts hab ich falsch gemacht. Ja. Ciao. Ciao. Ihr müsst jetzt mal einen Blick sehen. Ihr sieht irgendwie grad, ich glaub, der sieht grad ein bisschen, ähm, so nach so, 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 so. What the fuck-Blick. Ich hab's grad nochmal ausprobiert. Äh, ich hab keine Ahnung, was ich falsch gemacht hab, aber, ähm, es hat jetzt funktioniert. Ähm, ja. Naja, es liegt wohl einfach daran, dass ich einfach viel zu hartnäckig bin und so. Los, zieh das verdammte Schwert. Hier ist das geweihte Edelschwert. Wuhu, toll. Jetzt haben wir ein neues Schwert. Ja, wuhu, da freuen wir uns. Ja, hier, fickt euch, fickt euch. Fickt euch, fickt euch, fickt euch, fickt euch, fickt euch. Ja, toll, wuhu. Okay, nein, lass mich. Dumm, scheiße, bäh. Ja, keine Ahnung. Also, das... Sieht genauso aus wie vorher, aber... Wer weiß, vielleicht funktioniert ja das, was ich jetzt machen wollte. Wer weiß, vielleicht habe ich mich einfach verlesen. Wer weiß, wer weiß. Ja. Mal sehen. Ich habe jetzt eigentlich keine Ahnung, ob ich jetzt, äh, wie ich jetzt weiterkomme hier. Ich habe jetzt zwar wieder so einen Verdacht, aber... Ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. Oh, dieses bescheuerte Scheißschwert. Au. Fickt euch. Ja, los geht, mein Herz. Bla, bla, bla. Mir wurscht. Und so. Äh, wie schreit wir, Martha? Also, hier kommt ja echt ganz schön oft die Martha vorbei. Hey, Martha! Äh. Oh, nein! Oh, ich so doof! Ich so doof! Ich bin doof! So doof! Nein, lass mich in Ruhe. Ihr seid scheiße, ah, hilf. Oh, ihr seid so dumm und scheiße, Kacke, verpistet. In dem Herbst. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich hier muss. Ich spüre jetzt einfach weiter, aber ich habe jetzt Bock drauf. Ich habe jetzt dieses verfickte Schwert. Äh. Lol. Äh. Äh. Ah, cool! Das finde ich doch mal cool, ja! Jetzt kann ich auch gegen diese Fücher antreten! Fücher! Bäm! Bäm! Sehr schön. Äh. Mal sehen, was macht der denn hier? Hm? Mist, da brauche ich ein Schild. Toll. Oh, ja, dann hole ich mir halt ein neues Schild. So. Bäm! Nimm das! Nimm das! Nimm das! Warte mal. Ich muss noch kurz was gucken. Nö. Schade. Na, egal. Äh. Äh. Da, da. Da, da. Wollte ich doch mal. Ach ja, genau. Schild wollte ich. Da ist der Shop. Boah, ja. Es ist schon fast ein Uhr und deswegen bin ich so müde und so. Give me Schild. Holzschild! Bla, bla. Äh, willkommen bringen Sie. Bla, bla, bla. Ja, ja. Ist gut. Ich drücke manchmal etwas zurück. Ja, ich habe doch eine Mitgliedskarte. Ich bin nicht. Pass mich da durch. Ich gucke, ob es hier vielleicht irgendwas noch ist. Oh, es gibt. Na, nur den Ollen-Gascher-Kern. Irgendwie sieht der Typ genauso aus wie der hier. Also wahrscheinlich zwillig.